Hallo und recht herzlich willkommen meine Freunde, mein Name ist Steph. Kurze Ankündigung, die Livestreams werden in Zukunft wieder auf YouTube übertragen, da mir Twitch einfach zu viele Probleme bereitet, ja. Zu viele Streaming-Technik-Probleme, sag ich mal, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin wieder auf YouTube unterwegs, es werden wieder mehr Videos kommen. Livestreams werden nur noch auf YouTube übertragen und jetzt viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Liebe Grüße, euer Steph. Ich bin eigentlich auch besser im Zugucken. So, ich behalte mal auf jeden Fall einen Karabiner, vielleicht kriegt man ja noch einen coolen Scope, weil ich muss auf jeden Fall das Aiming mit dem Karabiner noch üben. Da muss ich auf jeden Fall besser werden. Also, wenn ich da ein paar Dinger versemmel, verzeiht es mir. Ich bin da, muss es einfach trainieren. Der hatte doch den Vorteil des Jahrtausends, oder? Was? Ich stehe mit dem Rücken zu ihm? Pass mal auf. Da liegen sie. So ein kleiner Tipp, da liegen sie oft. Also so habe ich mal auf Small gekriegt. Dann habe ich den Trick angewandt und lag da und habe auf Small gekriegt. Also macht es erst gar nicht. Na oder? Ja. Na oder? Du hast aber Glück gehabt, ich bin letzt verbrannt. Nein, ihr kannst ruhig mitspielen. Oh Mann. Er kommt zu dir. Du kriegst übrigens 2 Euro, wenn du Marcel tötest. Oh, Marcel, wo bist du? Komm raus! Komm raus! Oh! Das ist ein bisschen blöd. Oh, Hilfe! Nein, deswegen sollte man die mit dem Motorrad schauen können. Okay, das ist geil. Könntet ihr uns eventuell abholen? Da ist er hier bei dem Haus! Surprise, motherfucker! Wir holen jetzt das Chicken für Matyria! Oh! Ohhhh! Oh! Für Matyria! Ohhhh! Ohhhh! Ohhhhh! Ich geh da jetzt hin. Ich geh da jetzt hin. Aber die Dreierweste und der Dreierhelm. Ich geh da jetzt hin. Ich geh da jetzt hin. Okay, ich geb dir Rückmdeckung. Ja, da war's nie jemand. Und ums Norden kommen auch schon wieder Schüsse. Na Kai, da will ich jetzt ein paar Karabiner-Kills sehen. So, ich behalte mal auf jeden Fall einen Karabiner. Vielleicht kriegt man ja noch ein cooles Scope, weil ich muss auf jeden Fall das Aiming mit dem Karabiner noch üben. Da muss ich auf jeden Fall besser werden. Also wenn ich da ein paar Dinger versemmel, verzeiht's mir, muss ich es einfach trainieren. Hit! In den Fuß. Hit in den Fuß! Was musst du denn da trainieren? Jeder Schuss ein Tretter. Nein, 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 nein. Die müssen alle in den Kopf rein. Ihr fahrt mit der Bahn. Ab jetzt. Ha, wie's runterheult. Ha, wie's runterheult. Hab ihn ausknockt. Jawoll! Hit! Was? Hit! Aber das war's, du glaub. Hit! Was geht mit dir? Vor allen Dingen tausend Hits, wenn dich okay ist. Ne. Der ist down. Einer ist noch hinterm Baum. 10 Energy Drinks. Der muss raus, die Zone kommt. Der kommt, der kommt. Ja, der war zu weit. Schade. Ah, die gute 3er beste. Auf 3,5. 50. Hit! 3,5. Bei dem Vorsprung. Hit! Was, wie kann das kein Kill gewesen sein, bitte? Ja, das... Ah, ich hab ihn ausgenommen, aber er hat mich getroffen. Nein. Bist du down? Nee. Nee, nee, ich war aber ganz schön Kassier. Aber er hat nicht schon. Seine große Stunde kam, als er den Karabiner nahm. Danke, Mr. Ulfilas, für diesen... Spruch. Wie viel sind wir noch? Zwei. Oh, Chris! Alle! Nein! Nein! Oh, oh! Schade! Oh, Mann, das... Platz 3! Wow! Aber was für eine Runde! Also ich will auch nicht sagen, aber Power-Crit ist ganz schön gut besucht, ey! Gut besucht! Und ich bin wieder mittendrin, da Törle! Und dafür ist bei mir okay, immer. Ah! 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 Sch***! 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 Na toll! Oh! M24! Wow! Habe ich noches genockt? Wow, 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 wow! Lass mich leben! Lass mich leben! Lass mich leben! Hab ich's genockt! Oh! Justi, Vorsicht! Da kommt los! Sch***! Lass mich! Ich bin schon los! Ich bin jetzt wieder auf der Schule, da überlebe ich wenigstens. Ich bin jetzt ohne eine Runde. Ich bin jetzt hier raus. Oh! Ich bin jetzt auch hier! Ich bin jetzt hier auf der Schule, da überlebe ich wenigstens. Keine Munition mehr. Oh! Er ist gar nicht mehr im Dings drin. Was? Discard. Nee, einer hat sich gerade ausgeklicken. Das war er wahrscheinlich. Was? Jaja, schrieben kurz. Marcel, bitte melde dich. Eier ist so. Marcel, wenn du das hier liest, oder das hier hörst, bitte melde dich. Das ist jetzt der Sonne. Das ist der Soap, ey. Nach anderthalb Jahren Suche habe ich ihn gefunden. Die Spur wird heiß. Und ich habe alle gefragt, ob sie Marcel kennt. Die Spur scheint sich im Sande zu verlaufen, doch dann! Ich werde zeigen, dass der random Dude. Kennen Sie diesen Mann? Ja, 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 ja. Ja, ja, genau. Der Bürgermeister vom Dorf, niemand kennt ihn. Genau. Genau. Kannst du den Kanzler holen. Genau, Mr. Ulfila. Steff als Julia Leischi. Genau so heißt sie. Ich fahr'n einfach. Oh wow! Oh wow! What's up! Warte! Warte, ich schaff's! Also! Geh mich denn ab! Wecker! Mega! Nein! Was machst du? Sorry! Ich habe gerade die falsche... Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich habe die falsche Richtung eingelenkt. Als ob! Really? Der sieht so brutal aus, wenn der mit der Pfanne ausholt. Können wir feiern. Hey! Back here! Ups! Wow! Boah! 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 Das willst du denn jetzt nicht! Lass mir den Kill, komm! Juhu! Na ja, ich gönne ihn dir. Der war ist tot. Das war nur einer. Einer ist genockt. Hä? Ab ihn. Was? Hä? Eh?